WP.NET – Seminare für Wirtschaftsprüfer WP.NET News – Grundlagenseminar Prüfung WPI-FDI-Mandate Ein Interview mit dem Referenten, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Michael Böllner. Im heutigen WP Weekly erklärt der Seminarreferent Michael Böllner, warum beim Prüfungsfeld WPI und FDI ein Grundlagenseminar erforderlich ist. Die Anforderungen – die BaFin und Bundesbank Auslegungshinweise Unsere Protagonisten heute WPI und FDI-Prüfer WP Weekly vom 19.10.2024 Zur Einstimmung und Einführung begrüßt Sie heute wieder der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Diplomkaufmann Michael Gschrei. Michael Gschrei ist auch geschäftsführender Vorstand von WP.NET. Das heutige Interview führte die WP.NET-Redaktion mit dem WPI und FDI-Seminarreferenten und Spezialisten, dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Michael Böllner. Einführung von Michael Gschrei Im Herbst und Winter ist Seminar Hochsaison bei WP.NET am 21. und 28. November 2024 bietet Mike Böllner sein zweitägiges WPI-FDI-Grundlagenseminar an, jeweils als Halbtagsseminar a 5 Stunden. Das ergänzende Update-Seminar findet dann traditionell im Januar statt. Warum ein Grundlagenseminar? Auch dazu haben wir Mike Böllner befragt. Dadurch erfahren Sie, warum das WPI-FDI-Grundlagenseminar so wichtig ist und welche wertvollen Tipps die WPI- und FDI-Prüfer von Mike Böllner für ihre Prüfungen mitnehmen können. Viel Spaß beim Interview mit Mike Böllner. Mit den besten Grüßen, Ihr Michael Gschrei und das Team von WP.NET. WP.NET. Herr Böllner, auf welche Anforderungen muss sich der WPI-Prüfer einstellen? Michael Böllner. Die WPI-FDI-Prüfungen gehen weit über die Jahresabschlussprüfung hinaus und sie stellen durch die gesetzliche Auftragserweiterung eine hohe Markteintrittsbarriere dar. Es ist wichtig, diese Prüfungserweiterungen im Auftragsbestätigungsschreiben zu berücksichtigen. Denn fehlende Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften können dazu führen, dass die Deutsche Bundesbank den Prüfungsbericht ablehnt, was wiederum zivilrechtliche Konsequenzen und eine verstärkte Überwachung durch die Bafin-Nachsicht zieht. Meine Grundlagen und auch die Update-Seminare ersparen Prüfern das Neuerfinden des WPI- bzw. FDI-Prüfungsprozesses. Ich zeige meinen Teilnehmern, wie die relevanten Vorschriften im Prüfungsalltag praktisch umgesetzt werden. Besonders wichtig dabei die Rundschreiben der Bafin. Diese dienen als verbindliche Auslegungshinweise von Bafin und Bundesbank. Eine wertvolle Unterstützung bietet das von WP.net jährlich veröffentlichte digitale Vorschriftenverzeichnis. Hierbei unterstütze ich gerne WP.net, indem ich dem WP.net-Vorstand alle neuen Vorschriften von Gesetzen bis hin zu den komplexen Verästelungen der Allgemeinverfügungen und Rundschreiben systematisch geordnet zur Verfügung stelle. WP.net Herr Böllner, was ist heuer neu? Michael Böllner Die DORA hat die BAIT abgelöst. Also haben wir im Bereich der IT unsere Ausführungen an das neue Recht anzupassen. Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob auch kleine und kleinste WPI bzw. FDI der Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen und auch hier geprüft werden müssen. WP.net Würden Sie das Grundlagenseminar auch alten Hasen empfehlen? Michael Böllner Ich beobachte immer wieder, dass selbsterfahrenen Prüfern vermeidbare Fehler unterlaufen. Das Seminar dient daher auch der Auffrischung Ihres Wissens. Das Grundlagenseminar wird ja im Januar durch ein Update-Seminar ergänzt. In dem gehe ich ausschließlich auf die neuesten Entwicklungen ein und das in vertiefter Form. WP.net Was werden 2025 die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Prüffelder sein? Michael Böllner Zu den wesentlichen aufsichtsrechtlichen Prüffeldern zählen beispielsweise die Ausgestaltung, Organisation und die Angemessenheit des internen Überwachungssystems, also das sogenannte IKS. Ein wichtiger Teil dabei ist das Unternehmensrisikomanagement, das auch in seiner Wirksamkeit zu beurteilen ist. Weiter ist das Melde- und Anzeigewesen für die Aufsichtstellen zu untersuchen und zu berichten. Immer wichtiger wird die Überprüfung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes. Welche Hilfen, Erläuterungen und Tipps kann ein Neustarter aus dem Seminar für die FDJ- bzw. WPI-Prüfung mit ins Büro und mit zur Prüfung nehmen? Michael Böllner Ohne ein Seminar ist ein Neuling schnell von der Vielzahl an Vorschriften überfordert und verliert den Überblick. Die BaFin stellt weder Prüfern noch Unternehmen das Regelwerk in einer strukturierten Form zur Verfügung. Mein Update-Seminar hilft dabei, das aktuelle Regelwerk zu ordnen und seine Systematik zu verstehen. Ein zentrales Ziel, vor allem im Grundlagenseminar, ist es, den Teilnehmern die Gewichtung und praktische Anwendung der Vorschriften zu vermitteln. WP.net Dann stellen Sie den Prüferinnen und Prüfern einen Kompass für die KWG, WPIG und die WPHG-Prüfung zur Verfügung. Michael Böllner So lässt es sich formulieren. Die Teilnehmer erhalten nicht nur die relevanten Fundstellen aus Gesetzen, EU-Verordnungen und BaFin-Schreiben, sondern diese werden auch ausführlich erläutert. Als Prüfer für Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie kleine und mittlere WPIs bin ich direkt in die Prüfungspraxis eingebunden und ich nehme regelmäßig an Aufsichtsgesprächen der BaFin teil. So bekomme ich Einblicke in die aktuellen Schwerpunkte und Fragestellungen der Aufsicht. Dieses Wissen teile ich ebenfalls mit den Teilnehmern. WP.net Die Vorschriften für die WPI-Rechnungslegung und Berichterstattung haben vielfach eine kurze Halbwertszeit. Wie unterstützen Sie als Referent die Prüfer und Prüferinnen, um die Aktualität der Regelungen sicherzustellen? Michael Böllner Aufgrund der BaFin kann ich derzeit nicht genau sagen, was Ende 2024 auf ihrer Ergeller stehen wird. Aus Erfahrung weiß ich jedoch, dass die Behörde oft noch Schreiben zwischen den Jahren veröffentlicht, die im Folgejahr bereits relevant sind. Deshalb haben wir den Update-Vortrag auf den Januar gelegt, um so die Prüfer zeitnah und aktuell informieren zu können. Mit dem Seminarinhalt sind die Teilnehmer bestens für die kommende Prüfungssaison gerüstet. Alles, was nach dem Update-Seminar von der BaFin veröffentlicht wird, gilt erst wieder ab 2025. WP.net Welche Unterlagen erhalten die Seminarteilnehmer am Ende des Seminars? Michael Böllner Die Musterberichte nach KWG, WPIG und WPHG sind auf der Homepage des WP.net-Verbands unter wp-net.com bereits heute abrufbar. Es wird nur marginale Veränderungen geben. Die Musterberichte 2024 werden bis Ende Januar 2025 verfügbar sein. Ansonsten empfehle ich das digitale Vorschriftenverzeichnis, das ebenfalls abrufbar ist. Zur Klärung von Zweifelsfragen muss auch ich öfter auf diese Vorschriften zurückgreifen. Sehr geehrter Herr Böllner, wir danken Ihnen für die brandheißen Infos und Ihren Fortbildungseinsatz. Wir wünschen Ihnen eine gut besuchte und erfolgreiche Seminarreihe 2024-2025 mit den besten Grüßen, Ihr Michael Gschrei und das Team von WP.net. Das WP.net-Team bedankt sich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auf den üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify und Co. und auf unserer Website wp-net.com unter Aktuelles, Podcasts anhören und ebenfalls als Newsletter Aktuelles einsehen. Dort finden Sie die Newsletter und das von vielen geschätzte WP wie Klee. Wenn Sie YouTube bevorzugen, finden Sie den Beitrag als Videocast im YouTube-WP.net-Kanal über die Browseradresse youtube.com slash sprich schrägstrich at wp-verband in Kleinbuchstaben. Hier können Sie den Kanal abonnieren und uns auch gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Ihr Sprecher war Markus Wolfram von Make-and-Go Studios in Altea. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. WP.net, Ihr Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung.